Hallo und willkommen zu dem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ja und wir sind eigentlich auf unserer Kanalseite. Ja warum eigentlich? Ja das ist aus einem bestimmten Grund. Und es ist ja so, gerade bei den Playlists sieht man das ganz gut. Hier haben wir ja die Playlist aus dem LS17 Feuerwehr. Und ja, wie ihr ja schon wisst, LS17 ist eigentlich vorbei. LS17 brauchen wir nichts mehr zu machen. Und darum wollte ich mal fragen, was ihr so eigentlich noch auf unserem Kanal sehen möchtet, weil ich weiß, dass LS17 Feuerwehr echt viele Aufrufe hat. Und dafür wollte ich mich in diesem Video einfach nochmal bedanken, dass ihr so freudig euch dahinter stellt. Und wirklich hier, ähm, hier teilweise, na gut, das Video hat jetzt nicht so viele Aufrufe. Also, da das auch noch nicht so lange online ist, ich weiß, eigentlich, doch, das dürfte eigentlich schon Aufrufe haben. So, wie wir hier zum Beispiel sehen, das Video hat 36 Aufrufe. Und wenn man jetzt, das ist nicht viel, aber wenn man jetzt bedenkt, dass wir nur 8 Abonnenten haben, ist es doch recht viel. In dem Sinne würde ich sogar sagen, war es das eigentlich schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen und ihr lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und, äh, ja, dann war es das jetzt mit diesem Video. Wie gesagt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.